So ihr Lieben, wir wollen euch nicht vorenthalten unseren leckeren Auflauf. Der kommt nämlich gerade aus dem Backofen und der Marco hat den zwischendurch nur Emo kurz umgerührt. Und so sieht also unser leckeres Endergebnis aus von unserem schönen Gnocchi-Auflauf. Und sogar Sina hier, die Bratwurst, hat alles richtig schön Farbe bekommen. Und ich würde sagen, machen es noch. Es riecht ultra lecker und es schmeckt ultra lecker.